Ist es hier? Nein. Hier? Auch nicht. Wo ist meine Heavy Metal Schublade? Ja, da ist meine Heavy Metal Schublade. Hier für dich, Luise. Boah, das ist ja rattenscharf. Da kann ich ja auch mitmachen bei der heutigen Folge von Distressible Junkilocities. Es ist einfach unfassbar. Hallöchen und herzlich willkommen zu Distressible Junkilocities. Verwandle deine Fundstücke in Kunstwerke fürs Junkjournal. Was zum Geier sind denn jetzt bitte Junkilocities? Junkilocities ist eine Wortneuschöpfung aus den Begriffen Junkjournal und Curiosities, die von Nicole at Nature Spirit Journals und mir, Luise Heinzel, erfunden wurde. Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre Distress und laden euch alle ein, mit uns mitzufeiern und vor allem natürlich mitzudistressen. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Kleine Warnung vorneweg. Falls du heute irgendwelche Haare im Video findest, die nicht mehr an meinem Kopf befestigt sind. Ich kann nichts dafür. Ja, das ist alles hier im Dienste der Wissenschaft passiert. Beziehungsweise genau genommen im Dienste von Distressible Junkilocities. Das heutige Projekt ist mal wieder inspiriert durch dieses Buch hier von Tim Holz, welches da heißt Distressibles. Das heutige Projekt, was Nicole und ich uns ausgewählt haben, ist inspiriert durch das hier, was Tim hier in seinem Buch gemacht hat. Er nennt das hier Thinking Outside the Tag. Es geht also um einen Tag. Er hat hier so ein Tag Booklet gemacht, sozusagen. Ihr seht, hier sind die einzelnen Tags so aneinander. Und dieses kleine Büchlein besteht aus verschiedenen Tags. Wir wollen heute einen Tag machen, aber wir wollen Outside the Tag denken, so wie das hier oben steht. Also so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, ein bisschen über den Tagrand hinaus denken, sozusagen. Und wir wollen Metallteile distressen. Deswegen auch das Heavy Metal Intro, weil heute geht es hier voll um Heavy Metal. Ich kann hier vielleicht, ich habe extra kein Zopfgummi reingemacht, ne. Mache ich normalerweise nicht. Ah, guck, ich kann ihn doch ein bisschen so machen. Wisst ihr, das muss man, man muss sich da geistig so ein bisschen drauf einstellen. Das, was man da tut. Früher, als ich mit Junk Journaling gerade so angefangen hatte, da habe ich immer gedacht, ja, wir haben jetzt schon mal hier zum Beispiel so Labels oder so, ne, das ist ja ganz nice. Diese sind jetzt schon so ein bisschen, ja, würde ich sagen, so light, distressed. Die habe ich so gekauft. Sowas benutzt man ja öfters mal. Und früher habe ich immer gedacht, ja, okay, das nimmst du dann so und dann tust du das da in deinen Journal rein und ist das fertig. Kannst du eigentlich nicht viel mitmachen. So, habe ich immer gedacht. Genau solche, genau dieses Phänomen hatte ich auch zum Beispiel mit so Metallklammern oder so, die man ja öfters mal benutzt, um irgendwas festzuklemmen, um kleine Journaling-Karten oder irgendwas zu befestigen oder auch etwas größere Sachen wie Dingeldangel oder so oder Büroklammern jeglicher Art, wo man irgendwas dranhängen kann. Das ist jetzt eine sehr große. Aber früher habe ich immer gedacht, ist ja wurscht, was es für eine ist, früher habe ich immer gedacht, das ist sehr schwer, damit irgendwas zu machen und die irgendwie zu bearbeiten. Warum habe ich das gedacht? Weil ich keine Ahnung hatte, wie man das macht. Inzwischen ist Metallteile Distressen also meine allerliebsten Lieblingsbeschäftigungen. Das war, glaube ich, kein Satz. Eine meiner allerliebsten Lieblingsbeschäftigungen. Und für das, was wir heute machen wollen, könnt ihr Metallteile jeglicher Art benutzen, ob das so Labels sind oder Büroklammern oder irgendwelche hier so wie diese Bulldog-Klemmen oder was auch immer. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Wenn ihr kein Metall mögt oder kein Metall habt oder ihr habt jetzt nicht so eine Sammlung von irgendwelchen Metallteilen, dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, dass ihr entweder Plastikteile oder Holzteile oder Pappteile verwendet. Nur weil wir jetzt hier in diesem Video, was wir heute im Rahmen dieser Serie hier veröffentlichen, Metallteile verwenden, heißt das noch lange nicht, dass ihr das auch machen müsst. Wenn ihr das nicht wollt oder ihr habt sowas nicht, dann nehmt einfach was anderes. Denn die Medien, die wir verwenden, die könnt ihr in den allermeisten Fällen auch auf anderen Materialien anwenden, sodass ihr dann trotzdem euch so einen Tag basteln könnt. Ich stelle das kurz weg, weil ich habe mir hier schon ein kleines Sortiment an Dingen rausgeholt, was ich verwenden möchte. Und zwar habe ich tatsächlich ein solches Label, was ihr eben schon gesehen habt. Dann habe ich, also ich zähle mal auf, was ich hier jetzt heute verwenden möchte, sodass ihr dann vielleicht auch eine Idee bekommt, was ihr euch selber auswählen könntet, wenn ihr das, was ich jetzt hier mache, nachmachen wollt. Aber ihr habt nicht hundertprozentig genau die gleichen Teile, weil was wird so sein? Ja, es wird nicht jeder genau die Teile haben, die ich hier ausgewählt habe, aber vielleicht habt ihr Alternativen. Ich habe hier diesen kleinen Maikäfer. Dann habe ich, also der ist von Ideology. Dann habe ich diesen kleinen Stern, der ist auch von Ideology. Dann habe ich noch, ich hole mir erstmal die ganzen Ideology-Teile raus, und dann habe ich da einen besseren Überblick vielleicht. Da habe ich diesen Schlüssel hier, da steht Lucky drauf. Dann habe ich hier so kleine Schraubenköpfe, die sind auch von Ideology. Und diese zwei Musterbeutelklammern, die sind jetzt durch Zufall auch von Ideology, kann man natürlich auch andere nehmen. Und dann habe ich noch dieses Ding hier, da ist schon ein bisschen Alkoholink drauf. Das hatte ich mal für was anderes verwendet und dann hatte mir die Farbe nicht gepasst. Aber dieses Ding ist auch von Ideology. Das hat normalerweise, also dieses war vorher Silber. Die gibt es in verschiedenen Farben, diese runden Dinger. Und ich glaube, wenn ich hier so auf meinen Tisch gucke, das war es, was ich jetzt erstmal an Metall von Ideology habe. Dann habe ich noch zwei so Schreibfedern. Die habe ich mal in Rom auf dem Flohmarkt gekauft. Hier so ein kleines Glöckchen. Da ist jetzt schon so ein kleiner Balb, so ein kleiner Balb-Pin dran. Das Glöckchen, ich glaube, das ist vom Teddy. Ich bin mir nicht ganz sicher. Buchecken, die sind von Amazon, glaube ich. Dann habe ich hier diese Bulldog-Klemmen, die habe ich von Nicole zu Weihnachten geschenkt bekommen. Danke nochmal, Nicole. Und außerdem habe ich dann noch hier so einen kleinen, plattgequetschten Donut. Den habe ich mal in einem Happy Mail bekommen. Das ist so eine Metallscheibe, die hat da so eine coole Struktur. Und dann habe ich hier noch ein ganz besonderes Fundstück. Und zwar ist das eine Garnspule, die bei der Nähmaschine dabei war, die ich von meiner Oma bekommen habe. Ihr seht, die hat auch schon mal was hinter sich gehabt. Aber, Entschuldigung, die möchte ich heute verwenden. Frage mich bitte nicht, was mit der passiert ist. Ich möchte die heute verwenden. Und was ich dann auch habe, und das sind jetzt die Nicht-Metallteile, sind hier so Buchstaben und Zahlen. Und das ist das, was ich eben gemeint habe. Sowas könnt ihr natürlich auch verwenden. Weil das, was wir jetzt, also was ich jetzt in meinem Video hier heute mache, könnt ihr auch auf Plastik und auf Holz machen. Ja, das hat dann ein kleines bisschen anderen Effekt vielleicht. Aber, ähm, das hält da drauf, ja. Also vom Material her funktioniert das. Also, was ich dann noch habe, sind hier solche kleinen Spielplättchen. Das ist so eine etwas härtere Pappe. Könnte man auch Graupappe als Ersatz nehmen, falls man sowas hier nicht hat. Die sind irgendwie mal von so einem Spiel gewesen. Und ich finde die eigentlich ganz cool. Und die möchte ich heute auf meinem Tag integrieren. Ich erzähle euch gleich, wie. Davon habe ich vier Stück. Und dann habe ich mir einen Tag ausgewählt, der, sagen wir mal, etwas anders ist, als man das vielleicht erwarten würde. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich möchte einen Tag machen, weil wir wollen ja über den Tagrand hinaus denken, ja. Und uns einen besonderen Tag sozusagen ausdenken. Und diesen Tag, den ich heute machen möchte, den kann man sich später entweder als eine Art Schlüsselbrett oder Dekoration an die Wand hängen. Oder aber, man kann das auch auf ein Junk Journal Cover machen, sodass man dann den Tag später als das Highlight auf dem Cover hat. Oder das Cover selbst der Tag ist, ja. Wisst ihr? So, deswegen habe ich hier so ein hartes Material ausgewählt. Was ist das? Das ist sowas hier. So ein Etc. Tag. Das auch von Tim Holz in Zusammenarbeit mit Stamper's Anonymous. Das ist ein Material, was man, also das hier steht Thick Board. A thick sturdy surface to be collaged, altered and embellished. Das heißt also, ihr könnt auf diesem Material Collagen machen. Ihr könnt das in jeglicher Art und Weise anmalen und dekorieren. Irgendwelche Sachen aufkleben. Und was ich das Tolle hier dran finde, ist, dass das sehr gut für nasse Materialien geeignet ist. Ähm, sage ich schon Materialien. Entschuldigung. Nasse Medien geeignet ist. Selbst wenn hier recht viel Wasser draufkommt, dann bleibt dieser Tag sehr stabil, zum einen. Und der wölbt sich nicht und macht dann nicht hinterher irgendwelche so Spiränzchen, sowas wie das hier. Ja, wie man das vielleicht bei dünneren Materialien oder dünner Pappe oder sowas hätte. Wenn ihr das nicht habt, dann könntet ihr alternativ natürlich auch eine Graupappe nehmen und euch die versiegeln. Also mit zum Beispiel hier sowas, Matt Medium oder sowas in der Art. Oder ihr könntet natürlich auch ein altes Buchcover nehmen und euch einen Tag da draus schneiden. Das ist ja auch nichts anderes als Graupappe. Und vielleicht habt ihr da sogar so eine Beschichtung drauf, dass es das etwas wasserresistent macht. Denn was ich heute tun möchte, hat schon ziemlich viel mit Wasser zu tun. Zumindest in einigen, äh, an einigen Stellen dieses Prozesses. Ich möchte meinen Tag so quer verwenden, weil ich später das Wort Home hier drauf machen möchte. Und ich finde, dass das so rum, also so quer, ne, so besser aussieht als andersrum. Aber ihr könnt den Tag natürlich auch hochkant verwenden. Aber ich mache das jetzt so. Und das Erste, was ich jetzt tue, ist, ich nehme mir hier das Liquitex Matt Gel. Und jetzt werde ich mir, äh, hier die Teile, die ich ausgewählt habe, aufkleben. Erstmal klebe ich mir alles hier drauf. Äh, keine Panik. Ja, das sieht jetzt irgendwie so aus. Sie hat hier verschiedene Teile rumliegen und sie macht das jetzt irgendwie so random. Ich habe mir das schon vorher überlegt, wie ich die Teile da drauf kleben möchte. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, das zu tun, euch vorher die Teile zu nehmen und euch die anzuordnen, wie euch das am besten gefällt. Und dann macht ihr euch ein Foto oder ihr macht das so wie ich, wenn ihr das zweimal machen müsst, weil ihr ein deutsches und ein englisches Video haben wollt. Und dann habt ihr da hinten ein Arrangement liegen, wo ihr seht, welche Teile wohin kommen. Diese kleinen Dinger hier, diese Spielchips, da klebe ich mir jeweils zwei aufeinander. Denn, das gefällt mir besser, wenn das ein bisschen dicker ist. Ich möchte hier ein bisschen Dimension drauf haben. Und die kommt natürlich durch die Teile, die ich hier habe, aber gleichzeitig auch dadurch, dass ich hier so Dinge habe, die etwas erhöhter sind, wie zum Beispiel diese Spielchips. Und das möchte ich jetzt hier so machen, dass das hier hier so dran kommt, wie so ein kleiner Tag auf dem Tag sozusagen. Und dann nehme ich mir hier noch ein bisschen Medium und ich mache auch hier hinten ein bisschen was dran, weil ich möchte jetzt diese Klammer hier, diese Bulldog-Klemme benutzen, um es hier dran zu klemmen, sodass das so aussieht, als wenn das da dran geklemmt ist. Also es ist hier auch dran geklemmt, ja, so. Auch noch ein bisschen mehr nach links. Aber, da soll später alles festgeklebt sein. Also ich möchte nicht, dass man das abnehmen kann. Ihr könntet natürlich das auch so machen, dass man das abnehmen kann, dass ihr es einfach nur dran klemmt. Bei mir wird jetzt hier alles festgeklebt sein, weil ich das später an meine Wand hängen will und es gibt keine Notwendigkeit, dass ich es abnehme. Ich befürchte, diese Dinger hier muss ich eventuell mit Heißkleber ankleben, weil ich versuche es erstmal hiermit. Mal gucken, ob das geht. Für dieses zweite Ding hier, da klebe ich mir auch zwei so Dinger hier aufeinander. Also ich möchte insgesamt zwei von denen haben. Meins ist hier oben und eins kommt jetzt hier an der Seite hin. Aber für das da an der Seite, da möchte ich das so ein bisschen überstehen lassen. Das heißt, ich klebe mir die Klammer hier dran. Und jetzt klebe ich mir dieses ganze Ding hier drauf. Aber so, dass das übersteht. Also dass quasi diese Pappe auf dem Tag festgeklebt ist und nicht die Klemme das Ding da dran hält, sodass das dann da so an der Seite ein bisschen übersteht. Dann kommt hier unten noch eine Klemme hin. Und ihr seht schon, dass der Kleber jetzt recht dick aufgetragen ist im Moment und der ist noch feucht und ich arbeite recht schnell. Das mache ich deshalb und deswegen ist es auch sinnvoll, sich vorher ein Foto zu machen, damit ich gleich den Kleber noch ein bisschen vertuschen kann. Jetzt denkt man vielleicht, warum nimmt sie denn so viel Kleber? Sie könnte ja auch viel weniger Kleber nehmen und einfach, ne, quasi nur hinten auf die Teile Kleber machen und dann aufkleben. Das ist richtig. Aber, das könntet ihr natürlich auch so machen, es ist eine weitere Möglichkeit, wie man das festkleben kann. Aber ich brauche dieses Matt-Medium auch, um noch einen anderen Effekt zu erzielen. Und hier habe ich dann jetzt auf diese Weise schon gleich genug davon hier drauf. Wenn ich das jetzt hier so habe, dann kann ich nämlich dadurch, dass ich jetzt hier so viel von dem Kleber habe, hier rumgehen und den hier so verstopfen sozusagen. Und mir diese ganzen Teile einmal mit dem Matt-Medium versiegeln sozusagen. Ich möchte zum einen dadurch eine resistente Schicht erschaffen über allen Teilen. Zum anderen etwas Textur, denn wenn ich jetzt mit dem Pinsel hier so draufstupfe, dann ergibt sich da so eine kleine Textur logischerweise. Also das wird dann so ein bisschen rau. Und ich kann die Oberfläche dieser Teile damit größtenteils wasserresistent machen. Und das brauche ich für den nächsten Effekt. Egal, was man da jetzt auf die Metallteile drauf macht, wenn man da so eine Versiegelung drauf macht, sprich einfach eine Schicht Kleber, der möglichst durchsichtig und matt trocknet, dann hat man es nämlich wesentlich leichter mit den Medien, die man da drauf tut. Und vor allen Dingen, man hat mehr Möglichkeiten mit den Medien, die man dann anschließend da drauf tut. Diese Teile, die sind so hohl von hinten. Das ist irgendwie ganz schön schwierig. Ich befürchte, dass die gleich irgendwie noch anders befestigen muss. Entweder Heißkleber oder irgendwie festnähen oder so. Ja, wisst ihr, was das mache ich? Ich nehme die nochmal gerade runter. Das geht nicht. Die sind von hinten zu hohl. Machen wir das erstmal so. Und gleichzeitig kriegt ihr jetzt hier schon eine recht interessante Textur hin. Seht ihr das, dass das so ein kleines bisschen rau ist? Und egal, was ihr jetzt da drauf macht, das trägt dann schon dazu bei, dass das einen sehr coolen Effekt hat und ein bisschen alt einfach aussieht. Jetzt föhne ich das und dann werde ich hier Löcher reinpiksen, um meine zwei Schreibfedern da mit einem Faden oder Draht oder irgendwie so zu befestigen. Jetzt mache ich mir mal da links und rechts ein Loch. Ich glaube, ich mache da einfach so einen kleinen Draht dann durch. Und manchmal hat man ja auch so Teile, wo man denkt, oh, das habe ich mal geerbt oder das hat mir mal jemand Besonderes geschenkt oder so. Und was mache ich jetzt damit? Und das sind genau die Junkilocities, die meiner Meinung nach für sowas hier besonders gut geeignet sind. So Fundstücke, wo man denkt, Mensch nochmal, da brauche ich einen besonderen Einsatz für, damit das auch so gewürdigt wird. Ja, so, dass das nicht irgendwo hin verschollen oder weggeschmissen worden ist. Ich mache das total gerne, mir solche Sachen dann auch irgendwo aufzuhängen. Wenn ihr Holz nehmt, zum Beispiel solche kleinen Buchstaben, und ihr möchtet diese Technik machen, die ich jetzt gleich mache, achtet darauf, dass ihr das auch wirklich mit einer Schicht von dem Versiegelungsklebe eurer Wahl überdeckt habt. Bei Holz ist das wichtig, weil Holz sehr saugstark ist. Und damit dieser Effekt, den ich jetzt gleich erreichen möchte, auch auf dem Holz funktionieren kann, achte ich darauf, dass ich wirklich, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil sich das noch so bewegt, dass ich das wirklich gut versiegelt habe. Sonst funktioniert das nicht so gut. Wenn ich den Kleber auf das Metall mache, dann dient es eher dazu, dass die Medien, die ich jetzt gleich verwenden werde, da besser drauf halten, weil Metall ganz glatt ist und zum Beispiel Acrylfarbe dann auf dem Metall nicht so gut halten kann, würde ich das nicht machen mit diesem Kleber. Bei dem Holz geht es mir schon auch um diesen Effekt, aber gleichzeitig darum, dass die Acrylfarbe nicht in das Holz einziehen kann. Ja, so, also Acrylfarbe würde ich ja in Metall nicht einziehen, oder? Aber in Holz schon. Und deswegen achte ich bei dem Holz da ganz besonders drauf, dass das wirklich gut versiegelt ist. So, das Ganze ist jetzt gut durchgetrocknet. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man weitermachen kann, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt, an Medien, die ihr verwenden wollt. Ich möchte gerne, dass das sehr abgerotzt aussieht und dass da auch noch mehr Textur draufkommt, die man wirklich auch sehen und fühlen kann. Wenn ihr keine Strukturpasten habt, ich werde jetzt gleich eine verwenden, dann könntet ihr das theoretisch auch so lassen. Ich bin der Überzeugung, wenn ihr den nächsten Schritt auslasst und dann den übernächsten Schritt macht, um das Ganze einzufärben, dann schaut das genauso toll aus. Ja, das kann richtig cool aussehen. Aber ich möchte euch hier zeigen, wie ihr eine richtig fühlbare und richtig abgerotzte Struktur hinkriegen könnt. Und dementsprechend mache ich jetzt noch einen Zwischenschritt. Aber wenn ihr das nicht machen wollt oder diese Medien nicht habt, dann ist das überhaupt gar kein Problem, ja? Nicht weglaufen. Passt auf. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt hier eine Strukturpaste verwenden, um die hier aufzubringen. Und ich möchte gerne mit meiner heißgeliebten Grid Paste Crypt arbeiten. Das ist eine Grid Paste. Das heißt also, die ist körnig. Und die hat die Eigenschaft, dass die wirklich sehr rotzig und sehr schleimig später aussieht. Und das ist meine allerliebste Grid Paste, um eben solche gealterten, rostigen Effekte hinzukriegen oder auch irgendwas, was wirklich richtig so eine Kruste angesetzt hat, schon fast. Die finde ich dafür sehr, sehr cool. Aber wenn ihr die nicht habt oder wenn ihr die nicht habt und ihr habt vielleicht eine andere Grid Paste, könntet ihr die auch verwenden. Alternativ würde gehen die Grid Paste Opaque. Die ist weiß. Könnt ihr natürlich später mit Acrylfarbe überpinseln. Dann ist sie nicht mehr weiß. Ja, so. Ich pinsel hier auch gleich drüber. Das bleibt nicht so grau. Die würde gehen. Oder es gibt auch die Grid Paste Translucent. Die trocknet durchscheinend. Nicht ganz klar transparent, aber durchscheinend. Das gleiche gilt für die Grid Paste Snowfall. Die trocknet auch durchscheinend. Aber da ist Glitzer drin. Also falls ihr irgendwie das so abgegruncht mit Glitzer machen wollt, dann könntet ihr auch die benutzen. Oder wenn ihr wollt, dass es leuchtet, könntet ihr auch die Grid Paste Glow verwenden. Da könnt ihr allerdings dann keine Acrylfarbe drüber pinseln, weil dann leuchtet es da nicht mehr durch. Falls ihr das alles nicht habt, wie gesagt, ihr könnt diesen Schritt auch genauso überspringen. Ich nehme mir das jetzt, suche meinen Spachtel, der liegt schon hier, und nehme mir so ein kleines bisschen hier raus. Diese Paste fühlt sich so ein bisschen an wie nasser Sand. Sieht auch ein bisschen so aus. Ganz körnig. Und jetzt schmiere ich mir das vorsichtig an einigen Stellen hier auf. Nicht überall. Und vor allen Dingen, zum Beispiel hier bei den Münzen oder auch da bei dem Schlüssel, überall, wo feine Details sind, wo ich irgendwas lesen können will oder so, später, da mache ich das nicht hin. Sondern nur an den Stellen, wo es bis da so ein bisschen abgealtert und dreckig und angekrustet aussehen darf. Aber nicht da, wo ich mir irgendwelche Details zerstören würde. Und der Kleber, den wir vorher aufgetragen haben, der sorgt jetzt insbesondere bei den Metallteilen dafür, dass diese Paste darauf besser halten kann. Das heißt, ich kann das natürlich hier auf meine Klammern auch drauf machen und auch so, dass das wirklich so aussieht, später, als wenn diese Klammer hier so richtig so eingedreckt, dran geklebt wäre. So, das schaut schon mal ganz vielversprechend aus. Diese Paste, wie auch alle anderen Strukturpasten, von, also ich rede jetzt von denen von Ranger, ja, weil ich keine anderen habe, aber ich denke, das gilt für einige andere oder die meisten anderen auch, von anderen Marken meine ich jetzt. die könnt ihr mit einem Föhn föhnen, wenn ihr das vorsichtig macht. Achtet dabei darauf, dass, wenn ihr das nicht wollt, sich keine Blasen bilden. Das heißt also, ich höre jetzt hier mal zwischendurch auf, weil ich will hier keine Blasen, dass ich das schon mal wieder ein bisschen abkühlen kann. Wenn man das vorsichtig macht, kann man das mit einem Föhn föhnen. Haltet ihr den Föhn allerdings zu lange auf eine Stelle, kann es passieren, ihr bekommt Blubberblasen, da geht die Welt auch nicht von unter. Das trocknet dann später auch, aber das schaut dann halt anders aus, als wenn man das jetzt so macht oder es Luft trocknen lässt. Und jetzt möchte ich Folgendes tun, jetzt möchte ich mir hier eine Wasser, ich fülle das mal gerade auf, Wasserflasche zur Hand nehmen, sollte der Satz heißen, wieder aufgefüllt. Und ich nehme mir Distress Paint Scorched Timber. Wenn ihr die Distress Paint nicht habt, dann könnt ihr auch versuchen, das mit einer normalen Acrylfarbe zu machen, müsste auch gehen. Würde ich allerdings ein bisschen mit Wasser verdünnen, wenn es so eine feste Acrylfarbe ist. Jetzt nehme ich mir das und dann nehme ich mir einen recht großen Pinsel, damit ich hier auch schnell arbeiten kann. Denn ich möchte jetzt folgendes tun. Ich möchte jetzt das hier drauf machen und hier komplett drüber pinseln, ganz schnell, sodass das nicht trocknen kann. Und zwar über alles. Und das werde ich jetzt so stückchenweise machen, weil ich mich kenne. Ich mache jetzt nicht gleich das ganze Ding, weil ich kenne mich. Ich muss das ein bisschen irgendwie mit Ruhe machen. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich nervös. So. Deswegen mache ich jetzt erstmal nur die Hälfte, dass mir das auf gar keinen Fall antrocknen kann. Und jetzt nehme ich mir Wasser und am besten ein Küchentuch oder irgendwas, worauf ihr euch den Rest laufen lassen könnt, sodass da nicht voll das matschige Zeug auf eurem Tisch ist. Und jetzt spüle ich das teilweise wieder runter. Klingt erstmal nach Verschwendung, aber wenn ihr den Effekt seht, dann werdet ihr verstehen, warum ich das mache. Und das ist jetzt so. Wir haben ja vorher das Mattmedium da aufgetragen, ne? Und das hat jetzt gemacht, dass dieses Tag-Material, also das hier, dieses Material, resistent ist. Und dadurch schwemmt das hier von diesen Stellen, wo das Mattmedium drauf ist, leichter wieder runter, als da, wo die Paste jetzt ist. Und dadurch kriegt ihr so einen coolen Effekt, dass das jetzt so aussieht, als wenn das total unregelmäßig dreckig geworden wäre. Und ihr seht schon auf dem Holz, diesen Holzzahlen hier, wird das jetzt wieder richtig hell. Ich mache das gleich noch ein bisschen anders, mir noch nicht doll genug, dieser Effekt. Effekt? Ich rede schon Englisch. Dieser Effekt, aber auch zum Beispiel hier bei dem Schlüssel, seht ihr, ihr könnt das dann wieder so runterrubbeln und die Intensität hiervon selber bestimmen. Mir ist jetzt dieser Kontrast zwischen Glanz und Matt noch nicht groß genug. Deswegen nehme ich mir ein bisschen Stahlwolle und gehe hier so drüber. Ihr könnt es auch mit einem Schmiegelpapier machen, wobei Stahlwolle ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kontrollierbarer ist, aber das hat ja nicht unbedingt jeder zu Hause. Also ihr könnt es auch mit einem Schmiegelpapier machen. Das gleiche mache ich jetzt an ein paar anderen Stellen auch noch. So... Schaut das mal so aus und ich hoffe, dass ihr das in der Kamera sehen könnt. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Schlüssel, hier seht ihr, dass das wieder richtig glänzend geworden ist. Ich glaube, ich möchte zum einen hier das noch ein bisschen anders machen und zum anderen, ich möchte noch eine andere Farbe da durchlaufen lassen. Nehmen wir mal Freight Burlap. Und auch das da ist mir noch nicht dreckig genug. Das ist mir... Da ist mir zu viel. Warte mal, ich mache das anders. Ich nehme jetzt... Entschuldigung. Ich nehme jetzt erst einmal das Scotched Timber nochmal und mache die Zahl hier, so wie ich sie eigentlich haben will. Denn das ist mir noch zu weiß, also zu hell. Pass auf. Pinsel ein. Denn dieser Resist-Effekt durch das Matt-Medium, den könnt ihr natürlich beeinflussen, je nachdem, wie lange ihr das trocknen lasst und je nachdem, wie viel Wasser ihr drauf macht, und je nachdem, wie schnell ihr das wieder hochhebt. Und das war eben einfach zu feucht noch. Machen wir mal so. Machen wir einfach nochmal, ihr könnt auch das einfacher in diesem Fall, das Tuch nass machen, das geht natürlich auch. Und das dann hochheben. Aha, da kommen wir schon eher dahin, wo ich hin will. Seht ihr, jetzt hebt sich das wieder ab, dadurch, dass wir diese Schicht von dem Matt-Medium da drauf gemacht haben. Und die ursprüngliche Holzfarbe kommt wieder zum Vorschein, aber so ein kleines bisschen bleibt da dran kleben. Und dadurch kriegt ihr jetzt diesen coolen Effekt, dass das so richtig abgeranzt alt aussieht. So, und jetzt kommt der ursprüngliche Plan, also was ich eben gesagt habe, in dem Freight Burlap, boah, die fühlt sich so leer an, ich muss mal neue Freight Burlap Paint kaufen. Und jetzt möchte ich eigentlich hier so diagonal, so, also nicht in so einem Strich, aber schon diagonal, das so durchlaufen lassen, und zwar da, wo es inlaufen will, von alleine sozusagen. so einen kleinen Tropfen hin. So, und jetzt nehme ich das von den Stellen wieder runter, wo ich das nicht getrocknet haben, also wo es nicht trocknen soll, sozusagen. Wo ich jetzt die ursprüngliche Farbe sozusagen behalten will. Und das kann man jetzt halt auch relativ gut beeinflussen, indem man einfach mit einem Küchentuch oder so, oder einem Stofftuch geht natürlich auch so drauf, tupft. Wenn ihr sowas macht, ne, habe ich einen persönlichen Tipp, ich weiß nicht, ob das jedem so geht, aber mir geht das so, und vielleicht geht's dir auch so, geht weg, wenn ihr das jetzt hier habt und wirklich für eine halbe Stunde, eine Stunde oder sogar noch länger, wo ihr nicht daran denkt, versucht nicht daran zu denken, wie das jetzt gerade aussieht, wo ihr ein gewisses Maß an Abstand bekommen könnt. Denn, wenn man sich hier mit einzelnen Bereichen befasst und guckt, immer wieder da drauf, dann hat man irgendwie im Hirn so ein Bild, wie das jetzt aussieht. Und wenn man Abstand hat und nächstes machen möchte. Was wir hier feststellen ist, dadurch, dass wir verschiedene Junculosities verwendet haben, sprich verschiedene Metallteile, haben wir verschiedene Farben. Dieses Kupfer, Silber, das wirkt fast schon ein bisschen golden, irgendwie, obwohl das Holz ist. Und, was man hier auch sieht, ist, das ist alles noch sehr Ton in Ton. Viele Details sind noch nicht so krass hervorgehoben und da kann man sich sehr will ich die hervorheben. Ich finde das manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden, insbesondere dann, wenn man sehr dunkel gestartet ist, was hier jetzt natürlich Absicht war, logischerweise, und man gleichzeitig aber einen Kontrast erhalten möchte, zum Beispiel mit diesen Buchstaben und auch hier, ich habe hier noch diesen kleinen Stern, ich weiß gar nicht, ob ich euch vorher über den erzählt hatte, dieser kleine Stern, der kommt auch aus diesem Päckchen von diesen Ideology Buchstaben und wisst ihr, was mein allergrößtes Problem ist? Ich wüsste sofort, was ich täte, nämlich weiße Distress Crayon zu nehmen, die Pickett Fence, aber die ist leer und ich habe festgestellt, ich habe keine mehr. Das nervt mich gerade sehr, weil mit weiß könnte man natürlich jetzt hier noch richtig cool rumspielen, man kann natürlich weiße Acrylfarbe nehmen, das würde mit Sicherheit funktionieren und man könnte die mit so einer Dry Brush Technik, also so eine Trockenpinsel Technik da aufbringen, ich möchte aber nicht, dass das staubig aussieht, das steht hier, was ich meine, hier ist teilweise so ein bisschen gräulicher Schleier, das ist mir schon Staub genug, deswegen möchte ich jetzt überlegen, wie ich hier mehr Kontrast reinbringen kann, sodass das weiß, hier richtig gut raussteht und aber gleichzeitig einzelne Teile noch besser hervorkommen, ich möchte zuerst das versuchen, indem ich ein wenig Sepia Alkoholink verwende und zwar Alkoholink deshalb, weil die sich sehr leicht auftragen lässt und das ist jetzt natürlich dunkler, ja ich gehe jetzt erstmal in die dunklere Richtung, weil sich das sehr leicht auftragen lässt und weil das sehr schnell verläuft. das mache ich jetzt dahin, wo die Grid Paste ist, wo ist denn mein Pinsel, den hatte ich mir doch hier schon irgendwo hingelegt, ich nehme mir ein bisschen Alkohol, um das ein bisschen verteilen zu können, dass das besser verläuft und der Vorteil ist jetzt hier, dass das da stoppt, wo die Grid Paste aufhört und das macht mir jetzt die Klammern ein kleines bisschen wärmer irgendwie, weil seht ihr dieser Farbton, der sieht so ein kleines bisschen gerostet aus, in diesem Fall. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und auch das Glöckchen möchte ich in dieser Farbe haben. Deswegen mache ich das auch gleich, wo ich das hier noch in der Hand habe. Und dann nehme ich mir nochmal meinen Kleber und klebe mir die Buchstaben auf. Mein Pinsel, der ist ein kleines bisschen dreckig. Und ich habe mir jetzt hier so, das sieht man fast gar nicht, ein bisschen was auf die Hand gemacht von dem Matt-Medium. Das pinsel ich jetzt auf die Buchstaben, damit die auch noch ein kleines bisschen, ja, angedreckt aussehen. Dann richtig matt werden, sich dem Rest so ein bisschen anpassen, auch von der Oberflächenstruktur her, weil das ist alles sehr sandig. Und diese Buchstaben, die sind, wenn sie aus der Packung kommen, halt sehr glatt. Das ist minimal, aber seht ihr das? Das ist ja natürlich ganz trocken, also da im Hintergrund sieht das jetzt noch so weiß aus. Aber da ist jetzt so ein ganz kleines bisschen Dreck auf den Buchstaben. Dieses Schild da, das ist jetzt noch irgendwie sehr unscheinbar. Ich glaube, ich habe vorher irgendwas erzählt, von wegen hier mit dem Kontrast in die hellere Richtung zu gehen. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn Picket-Fans-Crayon leer ist. Steht ja nicht. Deswegen, wir könnten entweder Gold nehmen, ein bisschen Gold, oder dunkler gehen. Ich glaube, dunkler würde in diesem Fall fast besser aussehen, aber Gold finde ich trotzdem nicht schlecht. Wir haben hier einmal Golden and Gilding Wax. Damit fange ich jetzt mal an und das mit dem Schild, das lasse ich mir die Entscheidung lassen, mir bis zum Ende. Ich nehme mir jetzt erstmal ein kleines bisschen hier an meinen Finger dran. Ich tue das jetzt mal hier erstmal an die Ecken. Das ist dann auch noch. Mal hier so ein bisschen, also dass der Tag selbst, weil das gefällt mir nämlich auch noch nicht so gut, dass der Tag selbst auch nochmal so eine leichte, ich will nicht sagen Umrandung kriegt, aber ich möchte eigentlich schon, dass wenn das an der Wand hängt, man die Form des Tags auch gut erkennen kann. Und was ich ja persönlich auch ganz toll finde, ist die Kombination aus Gilding Wax und dieser Grid-Paste-Crypt. Denn, wenn ihr das auf diese Struktur auftragt, dann, ein Moment, ich mache das mal gerade hier, ein bisschen stärker noch, aber nicht zu doll. Dann seht ihr da, auf diesen erhabenen Stellen von der Paste, setzt sich das Gold dann so drauf und dann schaut das richtig gut aus. Ich finde, das schaut sehr edel aus. Der Maikäfer da, der schaut mir auch noch ein bisschen eigenartig aus. Dem werde ich hier auch noch so eine kleine Vergoldung verpassen. Was tun mit dem Label da in der Mitte? Gold oder Schwarz? Ich glaube, wenn ich da jetzt das Gold mache, dann ist das zu viel, oder? Entweder arbeiten wir jetzt mit einem Schatten und bringen um das Schild da einen Schatten, oder wir machen das Schild dunkler. Ich glaube, ich werde mal einen Stabilo All Pen verwenden. Und zwar ist das so ein sehr schwarzer, wasserlöslicher Buntstift. Und ich werde versuchen, das Schild in dieser Farbe zu lassen und hier außen drumherum zu schattieren. Weil das Schild selbst, das gefällt mir eigentlich total gut. Probieren wir das mal an einer kleinen Stelle aus. Ich sprühe mir einfach ein bisschen Wasser. Auf meine Unterlage mache ich mir den Stift ein bisschen nass. Jetzt werde ich mal ganz vorsichtig hier anfangen, um zu entscheiden, ob mir das dann gefällt oder nicht. Das hier hinpinseln. Pinseln sag ich schon, hinmalen. Und dann einen recht trockenen Pinsel nehmen. Trocken deshalb, damit mir das möglichst intensiv bleibt an der Kante des Schildes. Dass ich es aber trotzdem verblenden kann. Die Brads, da könnte man vielleicht ein bisschen Gilding Wax drauf machen, dass die noch ein bisschen mehr hervorkommen. Und ich überlege tatsächlich, an das Schild auch noch ein kleines bisschen Gold zu machen. Ich weiß nicht warum. Ist das zu viel? Ist das zu viel? Wenn ich da jetzt, wenn ich da an das Schild jetzt auch noch Gold mache, ist das dann zu viel? Wenn ich es drauf habe, kriege ich es nicht mehr ab. Wenn ich das da drauf habe, dann kriege ich das nicht mehr ab. Nur um dieses innere Rechteck muss das, aber nicht um das Teil selbst. Das ist jetzt der Moment, wo Luise zufrieden ist. So, das Glöckchen ist natürlich schon getrocknet. Alkohol, den getrocknet ja schnell wieder Blitz. Deswegen kann das hier unten hin. Also hier ist der Home, ne? Tür klingeln und so. So. Darf das da unten so sein? Und dann wimmelt das da so umeinander. Und für dieses Schild brauche ich jetzt bitte auch noch so ein Ei. Äh, hier. So ein... Na, einen Birnenpin. Aber hier ist er ja. Der hat sich irgendwie verabschiedet. Und das möchte ich hier dranhängen, sodass das dann, wenn das an der Wand hängt, da auch dran baumeln kann. Und solche Sachen könnt ihr natürlich, wenn ihr das für einen Junk Channel Cover machen wollt, so ein Tag, da auch dranhängen. Das kann ja auf einem Cover genauso hängen. Sagt ja keiner, dass du dir das an die Wand hängen musst. So. Jetzt kommt mir da gerade noch so ein Gedanke. Da weiß ich aber nicht, ob ich das richtige Material dafür habe und ob es gut aussieht. Ich bin gleich wieder da. Wie das Junk Journal Leben manchmal so läuft, ne? Auf der Suche nach einem weißen Material, was man hinter den Tag machen könnte, um das Weiß noch zu unterstützen, stieß ich auf die Idee, ein Buchcover zu nehmen und das zu zerschneiden und das hinter den Tag zu setzen. Allerdings habe ich keins gefunden, was mir hell genug war und von der Proportion her gut gepasst hat. Auf der Suche nach einem Material, also ich weiß, das ist braun, ne? Auf der Suche nach einem hellen Material, wie ein Buchcover ist, hatte ich halt verschiedene Bücher in der Hand, oder? So bin ich durch mein Bücherregal mal gegangen und habe dann aber keins gefunden, was gut gepasst hat. Von der Farbe her meine ich jetzt. Und dann habe ich aber dieses Buch hier gefunden und gleichzeitig festgestellt, warum nehme ich denn eigentlich nicht das ganze Buch, um das da drauf zu machen? Das ist ja viel, viel geiler. Ich finde das mega cool, wenn dieser Tag da auf diesem Buch drauf ist. Das schaut irgendwie sehr, sehr cool aus. Insbesondere auch, weil das Buch hier auf dem Rücken noch solche interessanten Sachen hat. Und wenn das dann später an der Wand hängt, dann sieht man das ja auch, wenn man das jetzt nicht gerade 4,80 Meter hoch hängt. Ja, so. Also kann man hier noch drauf gucken. Das Problem ist jetzt nur, ähm, erstens mal, wie tut das hier mit dieser Klammer? Nicht gut. Das heißt, wir müssten da noch so einen kleinen Abstandshalter hintersetzen. Das schaut sowieso besser aus, wenn der dann ein bisschen wegsteht, der Tag, und einen kleinen Abstand hat und dann auch einen natürlichen Schatten wirft. Das schaut ganz gut aus. Und so kann ich es nicht aufkleben. Seht ihr? Das wackelt. Das nächste Problem ist dann, wenn man jetzt das einfach da so draufkleben würde, das ist ja ein ganz normales Buch, also das kann man ganz normal aufklappen, ja. Und wenn man jetzt hier hinten Haken dran macht, dann kann es passieren, dass mit der Zeit das Buch sich verzieht und dann das irgendwie schief wird. Und außerdem, wenn das so hängt und die Wand nicht hundertprozentig gerade ist, dann geht das Buch immer auf. Ja, so, das ist irgendwie blöd. Oder wenn man jetzt tatsächlich einen Schlüssel da dran hängt, weil ich habe mir nämlich gedacht, an dieses Ding kann man ja seinen Schlüsselbund hängen. Ja, das ist ja bombenfest. Das kann man als Haken quasi benutzen. Wenn man das aber tut und man nimmt den Schlüssel ab und bleibt hängen, dann geht das Buch ständig auf. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Aber gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, dieses Problem zu lösen? Man nehme einfach eine... Ne, nein. Zuerst nehme man sich eine Klammer, die man da schon mal liegen hat. Und dann nimmt man einfach ein bisschen Matt-Medium. Und das kann man auch mit einem Spachtel ganz gut machen. Und dann schmiert man das nämlich, während das hier so ein bisschen offen ist. Erstmal einmal hier oben so druff und überall rundherum, sodass das ein kleines bisschen in die Seiten reingeht. Dann kann man einmal mit dem Finger einfach da so rüber gehen und den Überschuss so ein bisschen wieder abnehmen. Dabei achte ich aber drauf. Seht ihr diese kleine Wurst, die zwischen dem Cover und den Seiten ist? Das ist ganz wichtig, weil da kommt man mit dem Spachtel oftmals nicht so gut hin. Dann nehme ich hier das Gröbste wieder ab. Was halt zu viel ist, sozusagen. und massiere das andere hier so ein. Und dann lasse ich das genauso trocknen. So, und für den Abstand kann man natürlich jetzt nehmen, was man will. Also ich meine den Abstand zum Buch. Ich habe jetzt gerade die Dinger rausgeholt, weil das gerade irgendwie für mich die leichteste Lösung ist. Das ist auch von diesem Etc. Serie von Stampus Anonymous und Tim Holz. Und dann, wenn das alles durchgetrocknet ist, nehme ich diesen ganzen Kleideradatsch und klebe das auf das Buch. So, ein Mittagessen und später. Also ungefähr vielleicht 45 Minuten oder so. Das ist noch nicht komplett trocken. Man sieht hier, da ist noch ein bisschen weiß. Aber das ist zu. Ich reiße da jetzt nicht dran, weil dann würde ich es natürlich aufreißen, weil der Kleber noch nicht ganz trocken ist. Aber ihr seht, das ist total fest. Dann halten wir uns das hier fest und ich mache jetzt einen Strich. Aber ich halte den Stift so schräg, dass ich später die Linien nicht sehe, aber dass ich sehe, wo ich den Heißkleber hinmachen muss. Bis da? So. Diese Heißkleberpistole macht auch nicht immer, was sie soll. Das ist das nächste Problem. Ja, läuft, Luise. Da kommt das da rausgeschossen wie Öle. Hat jemand diese Heißkleberpistole von Bosch? Und wenn ja, was muss man sagen, dass die macht, was sie soll? Das ist echt nicht. Das wird doch so nix. Ich hole gerade meine andere Heißkleberpistole mit dem Billigheißkleber, kratze das hier wieder ab und dann machen wir das da drauf. Also, dass sowas mit Heißkleber passiert, sowas wie jetzt, ne, solche Sachen wie mit dem Heißkleber passieren, das hat immer irgendeinen Grund. Guck mal, wie ich gerade, habe ich das hier so angeguckt, während mein Heißkleber da aufheizt. Jetzt habe ich mir gedacht, könnte man denn nicht vielleicht hier noch so ein kleines Schickimicki-Pflänzchen hintersetzen? Die müssten allerdings ein ganz klein wenig auch dreckig sein, weil das auch nicht ganz weiß ist, hier die Buchstaben. Vielleicht nehme ich mir einfach hier so ein bisschen Rest Scorched Timber Oxide Ink, was hier noch an meinem Bürstchen ist. Und guckt und normalerweise so muss Heißkleber irgendwo rauskommen und nicht anders, ey. Reicht das schon oder braucht man da noch mehr? Weil irgendwie habe ich das Bedürfnis, also das schaut jetzt so ein, zwei, drei, wisst ihr? Das sieht so komisch aus. Ja, ich glaube, ich mache hier unten auch noch so ein Büschel rein. Also ihr könnt die auch einzeln auseinander machen, aber dadurch, dass die so an so Büscheln sind, hat man natürlich auch die möglichen... Huh! Okay. Also wenn das jetzt nicht passiert wäre, was ja gerade passiert ist, dann könnte man auch einfach den Büschel festkleben. Dann geht das schneller. Ich mache hier noch ein kleines bisschen schwarz an den Rand mit Hilfe der Distress Crayon Black Suit, damit das da, von da, hier auch noch mal so einen ganz kleinen Tacken aufgegriffen ist, aber nur so ein ganz bisschen. Und wenn ihr noch eine komplett andere Idee zum Thema Distressen von Heavy Metal Distressen von Metallteilen sehen wollt, dann schaut euch Nicoles Video an. Der Link ist unten in der Infobox. Und falls ihr die anderen Folgen von Distressable Junkilocities verpasst habt, schaut auch gerne in die Infobox. Da ist die Playlist verlinkt. Das ist mein Tag. Über den Tagrand hinausgeblickter Tag. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch alles Gute, ganz viel kreative Energie. Bastelt euch was Schönes. Vielleicht sowas hier. Viel Spaß mit euren Junkilocities. Tschüssi Kowski. Es gibt einfach so Videos, wo man sich denkt, was zur Hölle was mache ich denn hier eigentlich? Ist denn heute schon Karneval? Oder ist einfach nur ein ganz normaler Tag im Leben von Nature, Spirit, Tramless und Luisa Reinzel? Also wenn man jetzt nicht so Straßenköder blonde Haare hält, dann wird man vielleicht sogar irgendwas erkennen. Nicole, ich brauche deine Hilfe. Ich habe keine ich habe keine goldenen Teile. Wie soll das gehen? Vor allen Dingen, wer hat sich den Quatsch ausgedacht? Ich kann das nicht machen. Aber ich müsste eigentlich hier müsste eigentlich noch so ein Ding dranhängen. Kann ich hier nicht noch so ein Ding dranhängen? Wenn ich mir jetzt in Schädel piekse, ne? Ist das hier ist das ein Arbeitsunfall oder Aufopferung für Zuschauer? Können wir mal sehen, ey. Jetzt hängt das auch noch falsch rum. Steht da drauf? Was steht hier drauf? Wahrscheinlich sowas wie fordere dein Schicksal nicht hinaus. Inspire. Das geht ja noch. Das ist ja schließlich der Sinn hier der Sache. Hey, don't move. Boah, cool, ey. Dann kann ich ja auch mitmachen bei der heutigen Boah, dann ist ja rattenscharf. Da kann ich ja auch mitmachen heute bei der heutigen voll gefeuert. Mein Gott. Boah, dann ist ja rattenscharf. Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. So, und jetzt muss ich hier noch so schleudern. Achtung, ich schleudere jetzt. Boah, das ist aber stabil. Voll stabil. Ah.